Hi, ich bin Martin. Ich habe jetzt jemand Neues an meiner Seite. Deutlich jünger. Und endlich mal eine Frau. Hi, ich bin die Neue. Ich bin Magdalena. Und ich feiere mit Martin, Pamela, Bettina und Sven und natürlich euch ab jetzt die Happy Hour. Und da laden wir euch zu etwas ganz Besonderem ein. Genau. Am 6. Oktober um 20 Uhr in Franz von Sales geht es um unsere Beziehung. Such dir einen Menschen, mit dem du dich verbunden fühlst. Das kann natürlich dein Lieblingsmensch sein. Oder deine beste Freundin. Oder dein bester Kumpel. Die Lieblingsnachbarin. Oder dein Arbeitskollege. Deine Oma. Oder dein Patenkind. Egal was eure Beziehung ist. Hauptsache ihr kommt zu zweit. Und gemeinsam machen wir euch stark und stellen wir das, was euch miteinander verbindet, unter Gottes Schutz und Segen. Dazu gibt es tolle Musik und starke Impulse. Bei dieser Happy Hour am 6. Oktober gelten die 3G-Regeln. Und anmelden könnt ihr euch hier. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.